Ah, diesmal war es ein Klacks. Na, was kommt denn da alles? Alles kaputt. Komm, Waffen-Upgrade. Boah, komm schon. Was ist dieses kleine Vieh eigentlich? Okay, das hilft mir einfach. Na, ich bleib mal ein bisschen was weiter zurück. Das ist, glaube ich, was sicherer. Ah, okay, ich kann die doch kaputt machen. Okay, ich dachte mir schon. Komm, 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 komm. Perfekt. Nein, boah, dann gehe ich doch lieber was nach vorne. Ach, komm schon. Ui. Looping. Uf, Niu. Wenn sie jetzt noch hier... Oh, okay, ich schieße jetzt wieder. Normal. Okay, ich wollte mich gerade sagen, wenn sie jetzt wieder diese verschiedenen Waffen-Upgrades reingebracht hätten, so wie Gradius und keine Ahnung, wie die Spiele alle heißen, das wäre auch cool gewesen. Aber sowas in der Art haben sie ja gemacht. Ein bisschen zumindest. Verdammt, das war doch ein bisschen zu riskant. Ich habe es mir schon fast gedacht. Okay, da wollte ich ein bisschen zu viel. Na komm. Boah, was kommt denn hier jetzt alles? Äh, wow, 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 wow. Okay. Wow, so nicht, Freundchen, wo bist du denn? Okay, ich denke mal, jetzt habe ich ein Schild bekommen. Ah, witzig. Ja, dann mache ich das doch einfach so. Oh, oh, okay, das... Ja, ich habe den Laser gesehen. Uah, nein, uah, nein. Oh. So, ich glaube, Schwert ist am besten mit dem Schießen. Kaputt machen? Uah. Uah. Das greift bitte auf mich anzugreifen. Ballern ohne Ende. Okay. Eine Schiefe bekommen. Ah, siehste, den kann ich auch kaputt machen. Supi. Mach ich auch mal alles kaputt. Seid mir alle im Weg. So, oah. Da geht man gerade nach vorne, da wird man hier auch noch volle Kanne von den scheiß Pyramiden angegriffen. Na komm. So. So. Okay, wie muss ich das auch machen? Uup. Komm, dreh schon. Dreh, dreh, dreh. Dreh. Okay, den zweiten habe ich echt nicht gesehen. Oh, das hole ich mir aber noch. Ne, ich gehe erstmal lieber zurück. Bevor was passiert. Ah, okay. Das war eine Sackgasse, aber da hätte ich was. Okay. Das war dumm. Egal. Hey, ich will das doch haben. Komm, geh kaputt. Wow, 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 wow. Und ich bin hier. Ganz schön lang, das Level. Wow. Okay, so jetzt dran. Okay. Äh, wow. Achso, klar, ich hätte nach vorne ausweichen können oder was. Oder das hier machen. Witzig, wie jetzt all diese großen Bosse im Grunde jetzt nochmal kommen, nur halt etwas kleiner. Ist ja klar, weil wir das Schiff haben. Aber trotzdem witzig. Ich verstehe zwar nicht, wenn das Schiff ja die ganze Zeit so stark war, warum es nicht direkt diese Riesenbosse die ganze Zeit kaputt gemacht hat. Aber egal. Ist ja nur ein Spiel. Nein, unten noch so ein Warnfenster. Ich finde eher witzig, dass ich die ganze Zeit an dem Vieh hängen kann und es mich im Runde so gut wie gerade gar nicht getroffen hatte. Außer jetzt genau in dem Moment, wo ich das sage. Wow. Okay, das war jetzt easy. Aber der kommt ja jetzt nochmal, oder? Oh, es wäre noch cool gewesen, wenn wir den voll verprügeln hätte können. Das war erst Nummer vier. Okay. My dear Blue, did I just see you cooperate? You, the charge first, plan later, lone wolf? Are you feeling quite well? A fever, perhaps? No, just a big French headache. So, uh, Morna. Nice work back there. Huh? Oh, oh, okay, ich dachte jetzt, die, äh, hätten wir das total toll finden. I think this shows spirit, does it not? In fact, it presents an opportunity for which I have long waited. By a class. Now, Chester, chill up. Hands behind your back. Teat clenched. Caw. Wait, Monster Green. As leader, I relieve the team of this request. Take it upon myself. Oh, but it was to be my pleasure. Go for it, Red. Oh, ich dachte, ich dürfte es weiter drauf machen. Oh, verdammt. Oh, jeez, Bro. I could hold a little. That was very impressive, Red. Uh, thing of beauty unparalleled? Hatte jetzt Angst? Oh. I'm sure you'll get your chance. Oh, no, no, no. It was your prerogative, of course. I dare say I could do no better. And please, call me Green, monsieur Rouge. Enough chit-chat. Wonderful one double oh, move out! You bet, Boss. Ugh, men. Always a mystery. Oh, ah, oh, okay. Das war echt nur der Abschnitt B. Jetzt geht es tatsächlich weiter. Okay, ich dachte nämlich schon. Ah, stimmt. Die Pflanzen hätte ich die ganze Zeit... Ja, verdammt. Ich habe es vergessen. Shit. Okay, 59 Leute haben wir insgesamt. Balla. Höh! Wow! Oh, pfuh, hohoho, ey, ach so, ah, 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 okay, schießt das einfach mal zurück. So, komm, 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 alle da rein, oh, ich hätte fast keinen Leuten mehr gehabt, was kommt jetzt? Oh, ganz viel Kohle, die ich alles nicht mehr einsammeln kann, weil die hier überall verschwindet. Kann ich euch da hin, ach, verdammt, ah, okay, ach so, ah, 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 so, dann den hier stimmt hier hin. Okay, doch nicht. Komm. So, dann den da hin. So, dann können wir, nein, nein, ah, ah, so, das wollte ich natürlich machen. Und einen neuen? Komm, da stand doch ein neuer. Ich wollte gerade es schon sagen. Äh, ach so, die sind da drin. Ey, wieso kriege ich... Äh. Äh, das mache ich. Ach, Quatsch. Äh. Äh. Wie habe ich diese Armbrust jetzt gemacht?